So, da sind wir wieder bei Pokémon Silver in der Randomizer Nass-Log-Challenge. Ja, unsere Reise geht weiter. Dann müssen wir langsam wieder Zeit werden für den Arena-Lighter, ne? Aber wir kämpfen uns ja erstmal noch durch die Route. Willst du auch kämpfen? Kursilla ist niedlich, aber ich habe keins. Hast du ein Kursilla? Möchtest du es gegen meinen Quappo tauschen? Ich habe kein Kursilla. Können wir das nicht tauschen? Schade. Victory. Dabei auf der Route habe ich bereits schon Kapador gefunden. Obwohl eigentlich müsste ja die, du darfst normal Klausel greifen, aber hey. So, hier noch ein paar? Nö. Also nächster Kampf. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onyx fangen. Ich habe einen Stalos. Ich brauche keinen Onyx. Folge. Und ein Xerox. Los, Piggy. Rutschen. So sagt er mein Furien-Schlag dazu. Gar nichts, was es nicht trifft. Fugschlag. Okay, mit Xerox hast du deinen Meister gefunden anscheinend, Piggy. Aber komm, wir machen weiter. Alter, Piggy. So, jetzt auch mal fünf Treffer vielleicht. Kannst du nicht bis fünf zählen? Na gut, Pulverschnee. Wenn du zumindest Blizzard erlernen würdest. Faras. Nö. Dagegen sollte Piggy aber was ausrichten können. Na siehst du, Piggy. Du kannst es doch. Nein, ich möchte nicht wechseln. Nein. Ue. Na wenigstens keine Vergiftung. Yay, Piggy. Da kommt Brocken. Hier in App-Beam. Sehr schön. Ich habe verloren. Das hast du gut erkannt. So, Änkchen. So, und weiter geht's. Schön radeln. Brotersanträder. Komm her, du. Verfolge dich vor meinem königlichen Pokémon. Näh. Niemals. Johann. Pixie. Das soll königlich sein? Ja. Oh, ist ja schön. Oh, ist ja schön. So, der Schmutz. Wiggy, du kannst ruhig öfter treffen. Komm schon, zeig mal was du kannst. Na gut, ein Crit ist auch gut. Dann hast du auch zweimal, das reicht. Icognito. Bei Icognito weiß man nur halb nie, was auch hinzukommt. Welche Kraftreserve hast du drauf? Keine Feier, also alles gut. Ja, ja, komm, heil dich mal, Chris Schnee. Hier kriegst du ein Pulverschnee ab. Bei uns von aufpassen, die Cognito besteht zum größten Teil aus Auge. Dass es Schnee ins Auge bekommt, tut glaube ich weh. Bildhank. So, und was davon war jetzt königlich? Im Mittag ist auch ein paar kalt. Irgendwie hat jedes Pokémon hier eine Bäre dabei. Aber das rettet dich auch nicht weg damit. So, das war's mit dem Johann. Kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Du hast mir nicht gesagt, welches Pokémon davon königlich sein soll. Möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Oh, sechs Pokémon von Jürgen. Das ist schon mal kein Pikachu. Dir gerade Bull, Schnee für dich. Ich werde immer sofort paralysiert, egal was ich mache. So, das reiht trotzdem für dich. Ja, da wechseln wir mal auf Zilla. Und jetzt vom Krankenhieb. Ja, da wird 43, für Zilla. Gut, gut. Ja, da gehen wir mal wieder auf Piggy. Mal sehen, wie du damit so klarkommst, Hut-Hut-Hut. Anscheinend nicht ganz so gut. Arctos. Äh, was waren wir ja gegen Arctos? Einfach mal Brocken. Ich hoffe, dass das nicht so hoch gelevelt ist. Gibt's den Steinwurf. Eigentlich hätte ich auch Stahlos einsetzen können. Wenn das schließlich beide Steinwurf. Aber hey, was soll's. Da. Kaiju. Nein, lassen wir das mal so. Gib's doch ein Erdbeam hinterher. Ja, das hätten wir auch. Eins hat er noch. Magnetilo. Ja, komm. Jetzt gehen wir mal. Next hier noch ne Chance. Dank hier drauf. Erwirrung, einschläfern, paralysieren. Ich hasse Statusveränderung. Veränderung. War klar. Also doch wieder Brocken. Wie sie wünschen. Ja. Du hast es provoziert, Magnetilo. Du wolltest es nicht anders. Alles so für paläppische 216 EP. Wie Pikachu. Ja, du sagst es, Jürgen. So, hier. Gaut noch jemand ein Schänkchen. Ja, komm. Next hier kriegt einen rein. Ich weiß, dass es gewastet ist, aber ich kümmere mich heute um meine Pokémon. Es sind schon genug draufgegangen. Hey, das wollten wir hier machen. Mal gucken, mal nach oben. Guckt euch das an. Da sind schon genug draufgegangen. Mhm. Hallo? Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Ja, okay. Marco. Da kommen wir riskieren, zwar. Risk nur Fahne. Und das Risiko hat sich gelogen. Was wir hier aufgrund seiner Schnelligkeit besiegt. Ja. Und in dem höheren Level vielleicht. So, den anderen Trätern nehmen wir auch noch mit. Schau dir meine Pokémon an. Sieh ihre Farben und ihr Gefieder. Ja, ich gucke mal. Wolf. Ja, das ist ein hübsches Pokémon. Nur leider nicht der Fall für Miss Piggy. Deswegen einmal austauschen, bitte. Euer Pimbel ist aber, glaube ich, nicht mehr ganz so nervig wie damals, ne? Ich hätte jetzt auch Whirlpool machen können, um es auszugleichen. Aber warum rumspielen, wenn man das Galopp einfach wegspülen kann, ne? Oh, komm, Flanzilla. Warte, brauchst du ein paar Kp. Das AP Plus hat wirklich nur 1 AP aufgelevelt, ne? Aber egal, einmal mehr oder weniger kann schon den Unterschied machen. Danke fürs Vollheilen. Perflex, nicht gut genug. Ja, da hast du recht. Da liegt ein einsames Item, das nehmen wir mit. Halzium. Der Wolf. Was ist denn unseren alltäglichen Leben am wichtigsten? Essen, schlafen. Ja. Armin. Entoron. Na, komm, da bringen wir nochmal ein Pflanzilla. Aua. Und der Kp kannst du gleich wieder rüberrücken, mein Freund. Das war mein letztes Mal, Gigasauger, aber hey. Dankeschön, als wäre nichts gewesen. Ich habe nur ein AP verloren. Ich habe auch kein Glück mit den anderen beiden, ne? Mit Max Steel und Miss Piggy. Aber irgendwann wird ihre Chance kommen, dass sie richtig zuschlagen dürfen. So viele AP gab es ja jetzt sowieso nicht dafür. Ja, komm, dann bringen wir wieder Pflanzilla ins Spiel. Hier, Rasierblatt für dich. So, weg mit dem Armin. Die Antwort gibt es demnächst. Das wäre jetzt so gut für eine Abmoderation, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Hier. Ich bin der junge Bruder des Profi-Anglers. Ich sehe, macht ihr Angeln Spaß. Darüber gibt es kein Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Jawohl, genau wie ich zu schnell geklickt habe. Ihr Angelfreak, nimm dies. Die Super-Angel. Habe ich die Super-Angel nicht schon? Oder habe ich schon die Profi-Angel? Wirf sie aus und angle, wo immer es Wasser gibt. Denk daran, du kannst mit verschiedenen Angeln auch verschiedene Pokémon fangen. Ja, danke für den Tipp. Hey, kann man hier angeln? Wenn ich beim Angeln Radio hören kann, bin ich glücklich. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Fang der Adrian. Fibor. Ja doch, da kann man Dings reinsetzen. Das Piggy. Ich wollte jetzt sagen, ich kriege wieder fünf Treffer ab. Aber nein, nur zwei. So, das war es mit dem Bibor. Level up für Piggy. Nein, ich möchte kein Weißnebel. Nein. Kani-Mani. Okay, da kann ich Dings nicht reinbringen. Magstil. Da muss Zilla ran. Wie gesagt, kann ich meine, gibt ja sowieso nicht viele Erfahrungspunkte. Vollriegel. Nein, ich wollte nicht mehr X-Ziel, aber egal. Wird schon nicht aufs Gain. Also, ich kann es auch sehr effektiv angreifen. Ich bin nur mehr vorsichtig bei sowas. Ah, Quapuzzi. Das blöde Radio beunruhigt mich. Ja, ja, jetzt gehen die Ausreden los, ne? Aber ich brauche keine Ausrede. Aber die Folge ist vorbei. Wir sind wieder in einer guten Zeit. Ja, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder morgen in der nächsten Folge. Bis dann, bis dann. Bis dann.